Ja, 2015, nur hier im Rekord Battle, ja, erste Runde, check, check. Ey, naja, erste Runde, ich wollt ein Gegner haben, was bekomm ich so einen Lappen, der meint, der der überkrasse King. Neben seinen G-Rapper denkt der Affe jetzt, er könnte sowas wie singen? Kein Ding. Also nehm ich dich eben kurz mal auseinander. Halt die Backen, Affen, und sag, was sei Ronarr, hast du deine nicht vorhandene Karriere? Und jetzt fickt dein Vater, selbst deine Mutter, sag, du wärst ein krasser Versager. Ich habe keine Partjacks oder krasse Vergleiche, ich bin doch mal besser als du. Also sei leise, komm mit mich mit Real Talk, ich kenn dich nett. Ich bin ja schon dick, aber du, du bist fett. Ich sieh ihm, was soll das sein, es ist nur nicht mein Name. Und jetzt glaub ich gar nicht, ich hab mit die Gnade, Löhre sprech dir die Nase, hast du es kapiert? Motherfucker, sag mal, dicke, ehrenlose Bitch, denn da kannst du nicht. Fick dich, die SS-Station, wie bei VBT, wo du ja teilnimmst. Obwohl du keine Fans hast, sag mal, ist dir das nicht peinlich? Egal, die haben overwandtonierte, falschen Zeit, sag mal Rattes und Co. Bye, bye, bye. Weil kommen bessere Strex. Yeah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020